Nur wenn alles so ist, wie man es sich vorstellt. Und nur wenn die Kühe auch mal etwas anderes hören als Kuhglocken. Und etwas anderes fressen als frisches Gras. Nur wenn sie sich hin und wieder ein bisschen bewegen. Nur wenn alles, aber wirklich alles, ganz harmonisch und mit vieles Horgfalt aufeinander abgestimmt ist. Und nur wenn man dann bis zum richtigen Tag wartet, für den Käse zu testen. Nur dann wird aus einem Käse ein Emmentaler AOC.